so in mannese 6 so dead island definitiv collection halt so hast du auch schon ein paar mal gehabt dead island für alle konsolen bis jetzt so jetzt für die playstation 4 habe ich mir so einen pack gekauft halt wo das und riptide noch in einem ist und dann kriegst du gratis das retro spiel halt noch dabei so dead island 2 ist ja mit draußen so stelle ich gleich danach noch das riptide noch vor das ist nicht ein teil was dann für die gegner viel oder die explodieren halt wenn man sich trifft ja open world halt zombiespiel rumschlachterei halt total angst muss man menschen noch abschlachten halt weil sie am rum nerven sind und ist geburt da so meist seit den zombies wieder ab als die leute auswahl halt eines zum schießen der andere halt machete dann das mit hammer oder so ist er besser oder so auch paar mal durchgepackt hier cool die rippen kaderme gedärme da hier kriegst du den fäscher hin auf der kopf da gleich kopf ja schon die schon alle gab bevor die vor der beschlagnahmung die initiierung schlagnahmung ja alles schon ab da hier der weg sagt zweimal genommen ja gut ja gut nöttinger ettinger ettinger fanden die fanden naja cool und wir probieren weil hier wochen gett staffel weil die weiter oder näher dann ja soja tief hast du auch das video aufhört naja gut der wende gut dann macho gut gut gut